Herzlich willkommen bei einer ganz besonderen Ausgabe von BUMO TV Spezial. Denn heute am 14. September, vor genau 90 Jahren, erblickte der Volksschauspieler und Synchronsprecher Hans Klarin das Licht der Welt. Denn heute feiert Hans Klarin seinen 90. Hätte. Denn am 28. August 2005 verstarb Hans Klarin leider. Aber Hans Klarin hält unsere Gedanken, unsere Erinnerungen immer wieder wach mit so tollen Produktionen. So geht es bei mir. Vor allen Dingen als Pumuckl. Denn als Pumuckl feierte er in zwei Staffeln mit insgesamt 52 Folgen als die Stimme von Pumuckl seinen Durchbruch. Es war eine tolle Serie. Ja, vor allen Dingen der kleine Pumuckl, ja, da mit dem roten wallenden Haar, mit seiner prägnanten Stimme, hat uns immer mega erfreut. Das geht bis heute noch so. Und da wird er schon alleine für uns total unsterblich sein. Dann hat er natürlich auch die Hörspielreihe, ich habe sie vorbereitet hier, Moment. Und Holbu, ja, Holbu, das Schlossgespenst, da hat er natürlich auch dem Holbu, ja, seine Stimme eingehaucht. Und viele Leute schlafen heute noch mit den Kassetten ein und immer noch im Ohr Hans Klarin. Dazu kam ja auch noch eine Menge von Filmen und Serien. Und meistens war ja Hans Klarin verschrien, lustige Rollen zu spielen, ja, so leichte Rollen. Aber er hatte auch andere Seiten. Er konnte auch ernsthafte Theaterstücke und Filme darstellen. Das wissen die wenigsten. Und eine tolle Serie, die ich mir auch als Kind gerne angeschaut habe, beziehungsweise war ich Jugendlicher, das war die RTL-Serie Peter und Paul. Ja, das war eine RTL-Serie, die 1994, ja, erst ausgestrahlt worden ist. Darin ging es ja damals um zwei verfeindete Bürgermeister im tiefsten Bayern. Und der Pfarrer konnte sie irgendwie dann auch wieder versöhnen. Peter und Paul. Und einigen von uns wird auch Hans Klarin noch in Erinnerung bleiben. Ja, er war einer von zwei Ganoven in der Reihe Pippi Langstrumpf. Ja, unsere Pippi Langstrumpf, die Filme und Serien aus den 60er, 70er Jahre mit Inga Nilsson. Da bleibt Hans Klarin uns auch total in Erinnerung, ja. Wie er versucht hat, die Goldmünzen von Pippi Langstrumpf abzuluchsen. Herrlich, nicht wahr? Und Hans Klarin hat auch ein kleines Mysterium geschaffen. Denn in der Folge Nummer 9 der Hörspielreihe Masters of the Universe mit dem Titel Die Ebene der Ewigkeit gibt es hier einen bösen Magier namens Regam. Und wenn man dachte, hm, der hört sich aber so an wie Hans Klarin, wurde man laut Inlay eines Besseren belehrt. Dort steht nämlich, Michael Weingant spricht diesen Regam. Hm, aber die Stimme hörte sich immer so an wie Hans Klarin. Kurz gesagt, ja, es war Hans Klarin. Aber warum steht da Michael Weingant? Ja, einfach ein Pseudonym. Denn damals mussten die Cover samt Inlay mussten vorzeitig produziert werden. Also musste ja, auch wenn das Hörspiel fertig war und man hatte noch keinen Hörspielsprecher für die Rolle engagiert, musste da ein Name stehen. Also hatte man da in diesem Fall Michael Weingant reingeschrieben. Und später dazu Hans Klarin engagiert. Diese Information wurde jahrelang nicht dementiert, auch nicht bestätigt. Aber jetzt wurde es bestätigt, ja, es war Hans Klarin. Also für uns Masters of the Universe Fan gehört Hans Klarin mittlerweile also auch zu dem großen Kosmos der Giganten. Ja, mit diesem kleinen Bumo-TV-Spezial konnte ich zwar nicht über alle seine Rollen euch informieren, aber für uns Nerds die beliebtesten und die bekanntesten Rollen von ihm. Und trotz allem, egal was er gemacht hat, ja, egal wie wertvoll jede Rolle, jede Synchronisation war, er wird immer unser Pumuckl bleiben, ja, der freche, kleine Kobold rund um Meister Eder, ja. Und er wird immer für uns im Ohr Heubu bleiben. Und mit diesem kleinen Video wollte ich an Hans Klarin zum 90. Geburtstag gratulieren und Grüße hochschicken an dich, Hans. Untertitelung des ZDF für funk, 2017